Hallihallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei einem neuen Film auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder hier hingefunden habt. Und heute möchte ich euch mal mitnehmen, wie ich grundsätzlich, wenn ich im Fotostudio fotografiere, das betrifft tatsächlich nur den Fall, wenn ich im Fotostudio fotografiere, wie ich dann zu dem perfekten Weißabgleich und wie ich zu dem perfekten Kontrast in mein Bild komme. Da gibt es nämlich hier wunderbar dieses Teil hier von der Firma Datacolor, das ist der Spider Cube. Und dann habe ich euch vor ein paar Filmen auch schon mal dieses Teil hier vorgestellt. Damit kalibriere ich meinen Monitor und wie das Ganze zusammenhängt, um ein perfektes Ergebnis zu bekommen, was Farbe und Kontrast angeht, vor allem nachher beim Druck. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Da legen wir jetzt gleich direkt los am Monitor, beziehungsweise erstmal sehen wir uns nochmal persönlich und dann gehen wir an den Monitor. Also jetzt kommt erstmal mein Intro und dann fangen wir an. Also bis gleich. Okay Leute, also jetzt legen wir mal los. Das ist der Spider Cube von der Firma Datacolor. Den werde ich euch gleich mal genau erläutern, was der alles kann, was der alles hier hat. Und diesen Spider Cube, den habe ich euch bereits im Film erklärt, wo es darum geht, wie man ein Tethered Shooting durchführt. Also direkt mit der Kamera auf dem PC fotografiert. Und da habe ich den mal einmal ganz kurz auf diesem Produkt draufgestellt, wo ich meine Handband fotografiert habe. Diesen Film werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, weil darum geht es heute im Grunde genommen nicht, wie man ein Tethered Shooting durchführt. Aber dennoch ist dieses Teil hier immer bei meinen Tethered Shootings mit dabei. Und da ich immer ein Tethered Shooting mache, hängt das Ganze sehr eng miteinander zusammen. Deswegen unbedingt auch mal diesen Film gucken, falls ihr euch den noch nicht angeschaut haben solltet. Dieses Teil stelle ich immer mit in mein Lichtset rein. Also wenn ich was aufbaue, dann wird immer zunächst erstmal das Licht aufgebaut. Dann richte ich meine Blende, meine ISO, meine Zeit, stelle ich alles vorher ein. Und ich weiß genau, wo das Licht nachher sein soll. Und dann wird dieser Spider Cube fotografiert und alles weiter. Ich zeige euch nachher am Monitor, wie gesagt. Und dann habe ich euch vor einiger Zeit auch, wie gesagt, schon mal dieses Teil hier vorgestellt. Das ist der Spider 5 Pro von DataColor ebenfalls. Die sind beide von DataColor, die Sachen. Und mit diesem Gerät kann man halt einen Monitor kalibrieren. Und das Ganze hängt natürlich sehr eng zusammen. Denn wenn wir natürlich am Monitor anschließend, nachdem wir fotografiert haben, die Bilder in wirklich echter Farbgebung zu sehen, also wirklich in der Farbe, wie wir es nachher auch zum Druckdienstleister schicken oder wenn wir selber drucken wollen, dann habe ich euch erklärt, müsst ihr vorher auf jeden Fall erstmal den Monitor kalibrieren, damit ihr da immer auf der sicheren Seite seid. Das ist also wirklich ein sehr wichtiges Element, wenn man denn auch mal drucken möchte. Und wenn man das Ergebnis wirklich auf dem Monitor sehen möchte, so, wie es dann auch wirklich in echt von den Farben aus gesehen hat. Und damit wir nachher am Computer auch während der Bildbearbeitung, zum Beispiel in Lightroom oder im Raw Converter, dass wir auch wirklich die Farben mitteilen können, also dem PC beziehungsweise dem Monitor mitteilen können, um welche Farbe jetzt auch wirklich die echte Farbe ist, müssen wir einen neutralen Grau haben, einen Grauwert haben, ein neutrales Grau. Wir müssen also nachher am PC in der Lage sein, einen korrekten Weißabgleich zu machen, damit der Monitor beziehungsweise der PC auch wirklich weiß, wann sind denn überhaupt oder wo haben wir denn den neutralen Grauwert im Bild. Und dafür stellen wir dieses Teil im Grunde genommen einfach mit in unser Lichtset. Das wird dann mitfotografiert und wir haben hier eine graue Fläche, genauso wie wir hier eine graue Fläche haben und hier. Und da können wir nachher den Weißabgleich ganz genau festlegen. Das könnten wir natürlich auch mit den weißen Flächen machen. Ich benutze immer die grauen Flächen. Und wenn wir dann am PC mitteilen, alles klar, das ist wirklich ein neutrales Grau gewesen, also 50% echtes Grau, sage ich jetzt mal, dann weiß der PC, alles klar, also mein Monitor zeigt mir dann auch wirklich dieses 50%ige Grau an, dieses neutral Grau, und dann auch wirklich in echt an, wenn wir denn dann auch vorher unseren Monitor kalibriert haben. Also das hängt wirklich sehr nah beieinander. Das müssen wir wirklich kombiniert machen, damit wir nachher ein perfektes Ergebnis haben. Wir kalibrieren unseren Monitor und dann sind wir da schon auf der sicheren Seite. Und wenn wir dann beim Fotografieren dieses Teil hier nutzen, was ich euch wie gesagt gleich auch am Monitor mal zeige, dann sind wir 100% auf der richtigen Seite oder auf dem richtigen Weg, um nachher dem Druckdienstleister dieses Bild zu schicken. Und dann kriegen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das 100% perfekte Bild auch wieder zurück. Und wenn wir uns dann an den Monitor setzen und uns das Bild dann da einmal anschauen und dann mal vergleichen mit dem Bild, was wir unterm Strich nachher geliefert bekommen haben, dann werden wir fast zu 100% das perfekte Ergebnis haben, dass das beides gleich aussieht. Nuancen gibt es immer. Wenn man ganz pingelig ist, wird man natürlich einen Unterschied sehen. So. Und ich werde euch beide Filme auf jeden Fall nochmal verlinken. Unten in der Videobeschreibung bzw. am Ende des Films könnt ihr auf diese Filme auch draufklicken. Und dann könnt ihr euch zum einen nochmal anschauen, wie man einen Bildschirm kalibriert. Und ich werde euch auch diesen Spyder Pro 5 unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Den wird es bzw. ja, den wird es nicht mehr geben. Das ist ein altes Gerät. Der ist aber super. Versucht den einfach bei Ebay Kleinanzeigen zu bekommen. Dann werdet ihr wahrscheinlich nur noch, keine Ahnung, 20, 30, 40 Euro dafür bezahlen. Der ist wirklich gut. Man muss nicht immer gleich das Neueste haben. Ansonsten, wenn ihr das Neueste haben wollt, dann geht mal über meinen Link. Denken, ich kann euch natürlich nicht zu ihrer kleinen Zeit verlinken. Und guckt mal bei Amazon. Da gibt es dann halt die neuen Varianten von diesem Gerät, um euren Bildschirm zu kalibrieren. Und ihr klickt dann einfach unten auf meinen Film drauf. Und dann könnt ihr euch diesen Film anschauen. Genauso habe ich euch das Tethered Shooting auch schon mal gezeigt, wie ich das mache. Und wie ich auch einmal ganz kurz erklärt habe, was das hier für ein Teil ist. Aber heute geht es wirklich ganz speziell um dieses Teil. Und auch den Film gerne mal anschauen. Dann könnt ihr sehen, wie ich so ein Tethered Shooting durchführe. Also wie ich praktisch mit meiner Kamera direkt auf dem Monitor, also auf meinem PC fotografiere, die Bilder am Monitor betrachten kann und dann direkt entwickeln kann. Und ja, das zeige ich euch nachher aber auch ganz kurz nochmal am Monitor jetzt in diesem Film. So, und jetzt erkläre ich euch mal, wie dieses Gerät hier funktioniert. Das stelle ich einfach mit in meinen Bildaufbau und habe Licht, alles wie gesagt, schon aufgebaut. Ja, Softboxen, was auch immer. Ich habe alles genau gesetzt schon. Und selbst wenn ich dann aber mehrere Teile fotografieren möchte, dann brauche ich nicht jedes Mal mehr hier so ein Weißabgleich machen und das Gerät da reinstellen, sondern einmal muss ich das Teil hier in mein Lichtset reinstellen und dann einmal fotografieren und anschließend nehme ich das raus und dann fange ich an zu fotografieren, kann dann immer wieder neue Sachen da hinlegen. Ganz toll zum Beispiel, wenn man einen Webshop macht, dann will man ja auch die Originalfarben haben und dann kann man das wunderbar mit diesem Teil hier realisieren. Und wir haben, wie gesagt, einmal hier eine Graufläche. Eine Graufläche, das ist der neutrale Grauwert, den wir nachher anklicken. Also ich mache es zumindest mit dem Grauwert. Man kann auch ins Weiß klicken. Ich nehme immer den Grau, den grauen Wert hier mit der Pipette in Lightroom oder Camera Raw Converter. Und schon haben wir einen perfekten Weißabgleich gemacht. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir hier eine Chromkugel drauf. Diese Chromkugel erfasst das komplette Umgebungslicht in unserem Lichtset. Und da werden wir natürlich unsere Lichtquellen drin sehen. Und diese Lichtquelle, die stelle ich immer in Lightroom dann so ein oder im Raw Converter, dass die eine Überstrahlung anzeigt, also ein reines Weiß. Auch das zeige ich euch gleich im Monitor. Dann haben wir zudem hier, so kann man es ganz gut sehen, eine Lichtfalle. Ich gucke mal auf dem Monitor, ob man die sehen kann, ob ihr das auch sehen könnt. Hier ist ein Loch, das nennt man Lichtfalle. Und zwar kommt in diese Lichtfalle kein Licht rein. Deswegen heißt es Lichtfalle. Heißt, das zeigt uns nachher im Monitor den reinen Schwarzwert. Und den stellen wir nachher auch am Monitor ein. Und somit haben wir mit diesem Loch hier drin und mit dieser Chromkugel die Möglichkeit nach einem Monitor den perfekten Kontrast im Bild auszuarbeiten. Und wie gesagt, mit dem Grauwert hier können wir dann einen Weißabgleich machen. Dann kommt das ganze Teil hier mit so einem kleinen Ständer hier an. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich immer dabei ist. Oder habe ich mir den mal irgendwo selber woanders rausgesucht? Nein, ich glaube, der ist wirklich mit dabei. Ich will mich da jetzt nicht wirklich festlegen. Also irgendein Teil wird dabei sein, wo ihr das dann irgendwie aufstellen könnt. Ihr könnt es aber auch auf dem Stativ. Hier ist so ein kleines Gewinde drin. Und dann könnt ihr es auf dem Stativ drehen zum Beispiel. Auch wenn ihr das jetzt irgendwie bei einem normalen Fotoshooting jetzt mit einer Person oder so vielleicht irgendwo mal zu hinstellen wollt. Oder wie auch immer. Kann man eben, wie gesagt, auch draufschrauben. So, und dann stelle ich das Teil einfach mit ins Lichtset rein. Aber natürlich so, dass ich nachher in der Kamera irgendwie an diese Lichtfalle hier komme. Dass ich die auch irgendwie sehen kann im Bild nachher. Und die Kugel sieht man sowieso, egal wie rum ich das drehe. Erfahre auf diesem Kanal noch mehr über die Grundlagen und Geheimnisse der Fotografie und die anschließende Bildbearbeitung in Adover Photoshop und vieles mehr. Abonniere diesen Kanal, um keinen Film mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf euch. Also man könnte im Grunde genommen jetzt abschließend jetzt nochmal sagen, man muss einfach zusehen, dass wenn man ein Bild zu einem Druckdienstleister schickt, dass dieses Bild einfach nach einer DIN-Norm, ich drücke das jetzt mal ganz vereinfacht aus, da gibt es tausend Fachbegriffe für, dass man so ein Bild nach einer bestimmten DIN-Norm entwickelt, sozusagen so ein RAW-Bild, um dann wirklich eine DIN-Norm erreicht zu haben, die jeder Druckdienstleister auf ihrem Monitor und Druckerang eingestellt hat, damit ihr auch das gleiche Ergebnis nachher als Druck bekommt, wie ihr das auf dem Monitor gesehen habt. Das ist eigentlich wirklich das A und O, dafür braucht man das. Und natürlich auch der Kontrast, dass man den vernünftig ausarbeiten kann. Und in Kombination hiermit habt ihr nachher das perfekte Arbeitsmittel, um am Computer wirklich die perfekten Ergebnisse zu bekommen. So und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das in so einem Lichtset mit einbaue, wie ich das dann nutze, wie ich das dann einstelle mit der Lichtfalle, mit dieser Kugel und mit dem Weißabgleich. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, gehen wir jetzt an den Monitor und wir legen mal los. Bis gleich. Ja, ich zeige euch jetzt mal so ein paar verschiedene Lichtsets, die ich mal hier gespeichert habe. Eigentlich Zufall, dass ich die noch gespeichert hatte, weil normalerweise schmeiße ich diese Daten dann in der Regel weg. Aber ich hatte hier tatsächlich noch was gefunden. Und zwar habe ich einen großen Kunden, für den ich Lebensmittel fotografieren muss. Das ist ein Lebensmittelgroßhändler. Und da ist es wirklich besonders wichtig, dass alles das, was ich da fotografiere, auch wirklich original in der Farbe abgebildet ist. Nachher auf dem Druck, wie ich es auch wirklich vorgefunden habe beim Fotografieren. Und deswegen ist da auch wirklich total wichtig, dass ich zum einen den Monitor kalibriert habe und mit diesem Spider Cube arbeite, dass ich nachher am Monitor auch den perfekten Weißabgleich erreiche. So und da zeige ich euch jetzt mal hier so ein kleines Beispiel. Und zwar muss ich halt immer hier solche Lebensmittel fotografieren. Die werden nachher dann auch freigestellt. Die Platte wird freigestellt. Und so muss ich das dann... Ja, es sind immer ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt alles Mögliche, was ich da fotografieren muss. Und ja, dann mache ich das so in diesem Fall jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt hier so den Spider Cube zunächst erstmal auf dieser Platte hier positioniere. Licht und alles ist schon fertig aufgebaut. Ich stelle also das Licht wirklich schlussendlich perfekt ein, dass alles so steht, wie ich das haben möchte. Und wähle sogar schon den Hintergrund tatsächlich so aus, den ich haben möchte, dass ich dann auch wirklich so das Grundgestell habe und jetzt nicht noch irgendwas verändere. Also angenommen, ich nehme jetzt plötzlich anstatt den weißen Untergrund, nachdem ich das jetzt hier schon so alles eingestellt habe, dann nehme ich den Cube weg und dann entscheide ich mich nachher für einen roten Hintergrund. Dann müsst ihr natürlich auf jeden Fall wieder den Weißabgleich neu machen. Weil das Rot sich sonst natürlich auch in diesem Bild irgendwo widerspiegelt. Und dann fange ich an, hier die Lebensmittel draufzulegen. Genauso wie jetzt hier. Dann geht das immer so weiter. Jede Wurst hat natürlich hier seinen eigenen Ordner. So, zum Beispiel habe ich jetzt hier nochmal ein Beispiel. Da musste ich hier so... Das nehmen wir gleich mal. Da haben wir es jetzt hier. Da muss ich so Frühstücksplatten fotografieren. Fertig sieht die ganze Sache nachher so aus. Das sind so Frühstücksplatten, die halt so in Krankenhäusern und so angeboten werden. Und die sind dann so bestückt. Und dann kann man sich dann entsprechend aussuchen, was man haben möchte. Und auch hier habe ich anfangs... Das sind jetzt schon die freigestellten Ergebnisse hier. Ja, das sieht dann so aus. Das sind dann auch TIF-Dateien. Das heißt, die Transparenz ist damit abgespeichert worden. Und so sieht das Ganze zunächst erstmal aus. Ich habe auf schwarzen Hintergrund fotografiert, damit ich die ganze Sache nachher besser freistellen kann, weil das ja hier weiße Schalen sind. Ja, und dann stelle ich diesen Cube jetzt erstmal auf meinen schwarzen Untergrund und mache dann da ein Weißabgleich und den perfekten Kontrast stelle ich ein, wie ich das haben möchte. Und anschließend geht es dann los mit dem Fotografieren. Der Cube kommt raus aus dem Bild und ich kann dann alles immer mit dem gleichen Licht abfotografieren. Also Reihenaufnahmen, noch und Löcher. Das sind jede Menge Sachen, die ich da fotografiert habe an dem Tag. Und ja, das Gleiche auch nochmal. Als letztes Beispiel, da sind hier so Menüschalen und, beziehungsweise nicht Menüschalen, das sind so Menüs, die auch als fertigen Menü angeboten werden. Das habe ich sogar schon mal in irgendeinem Film gezeigt hier. Und da geht das dann auch los, dass ich hier erstmal anfange, mein Set aufzubauen. Erstmal mit irgendwas, dass ich irgendwas auf dem Teller liegen habe. Dann lege ich diesen Spider Cube hier mit drauf. Und wenn ich dann alles fertig habe, so ungefähr wie ich das haben möchte vom Lichtaufbau, ihr seht schon, das ändert sich nachher hier. Ich habe nachher auch einen anderen Untergrund genommen. Dieses Bild, wo der Cube dann eingesetzt wurde, das habe ich schlichtweg nicht mehr. Das habe ich wohl gelöscht. Aber hier habe ich vorher mit einem anderen Untergrund gearbeitet und dann gefiel er den Kunden nachher nicht. Und dann haben wir diesen Untergrund genommen. Und auch hier gab es dann ein Spider Cube Bild, den ich dann hier mit irgendwo reingebaut habe, was dann so aussah wie hier. Erstmal, dass da irgendwas auf dem Teller liegt. Und das wird natürlich erst dann vorbereitet, das Essen und frisch warm gemacht und so, dass es richtig frisch aussieht, wenn denn das Licht soweit alles fertig eingestellt ist. Ich arbeite übrigens dann auch immer mit einem Belichtungsmesser, um dann auch sicherzustellen, dass ich alles richtig belichtet habe. Mache ich vielleicht auch nochmal einen Film zu, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ein Belichtungsmesser ist übrigens auch noch ein wichtiges Arbeitsmittel für mich, um alles vorher perfekt eingestellt zu haben. Genau, und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal in Lightroom, Klassik. Und hier habe ich jetzt mal meine Wurstgeschichte mal hier geladen. Das sind jetzt alle Bilder. Da sind jetzt allerdings auch hier die fertig freigestellten Bilder mit drin. Die sind jetzt hier mit reingerutscht. Die brauche ich jetzt eigentlich jetzt gar nicht. Aber darum soll es jetzt mal gar nicht gehen. Und zwar, grundsätzlich sieht das jetzt erstmal so aus, wenn ich jetzt fotografiere, mache ich ein Tethered Shooting. Heißt, ich habe alles so eingestellt, wie ich euch das in diesem Film Tethered Shooting erklärt habe. Wie gesagt, den Film verlinke ich euch. Schaut den unbedingt mal an. Der ist wirklich sehr spannend. Und wenn ich dann halt das erste Foto gemacht habe, dann kommt dieses Foto hier schlussendlich hier an meinem Monitor an. Und dann liegen die ganzen Bilder hier natürlich alle noch nicht. Das müsst ihr euch jetzt hier alles wegdenken. Und dann gehe ich her und stelle mir diesen Spider Cube dann ein. Das zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Und wenn ich den perfekt eingestellt habe, dann gehe ich anschließend her, wenn ich das Tethered Shooting mache. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich keine Kamera angeschlossen habe. Aber hier oben über Datei könnt ihr dann in Leitung Classic auf Tethered Shooting gehen, Tethered Aufnahme, Tethered Aufnahme starten. Und jetzt könnte ich hier verschiedene Einstellungen durchführen. Also den Ordner festlegen und so weiter. Wie gesagt, gibt es einen Film zu, will ich jetzt auch weiter gar nicht drauf eingehen. Dann gehe ich auf OK. Und dann würde jetzt hier die Kamera erkannt werden. Und dann kriege ich hier oben nochmal so ein neues Feld. Und da kann ich dann auch anklicken. Das habe ich euch auch im Film gezeigt. Unbedingt mal schauen, dass ihr alle nachfolgenden Bilder, ja, alle nachfolgenden Bilder, die jetzt eingespielt werden, nachdem ich alles perfekt eingestellt habe. Ich muss mal erst mal wieder auf meine Bratwürstchen gehen. So, dass alle Bilder, die dann reinkommen, automatisch mit den Einstellungen entwickelt werden. Dann brauche ich gar nichts mehr machen. Ja, so. Also, wie gesagt, euch den Film mal anschauen. Ihr könnt das aber auch so machen, dass wenn ihr dieses Bild jetzt perfekt eingestellt habt, ich gehe mal auf entwickeln, dann könnt ihr das aber auch gleich anders machen. Zeige ich euch, wenn ihr jetzt mal so eine ganze Reihe fotografiert habt, aber ihr habt das jetzt gar nicht als Tethered Shooting gemacht, dann könnt ihr das natürlich auch hier synchronisieren. Also, los geht's. Ich zeige euch jetzt, wie man diesen Spider Cube dann hier entsprechend einsetzt. Den markiere ich jetzt, dann sehe ich dieses Bild hier und ich gehe mal ein bisschen näher ran an die Geschichte und jetzt geht es folgendermaßen los. Ich möchte jetzt zunächst erstmal die Schwarzfalle hier unten, da ist das kleine Loch, das sieht man gar nicht, weil das so dunkel ist. Die möchte ich jetzt richtig einstellen. Dafür möchte ich mir die Schwarzwerte jetzt ansehen. Also, ich möchte mir die anzeigen lassen, wann wir einen kompletten Schwarzwert im Bild haben. Und das können wir hier oben in unserem Histogramm anklicken. Hier steht, wenn man es mal lesen möchte, Tiefenbeschneidung ausblenden oder einblenden. Jetzt habe ich sie eingeblendet, deswegen zeige ich sie mir jetzt ausblenden hier an. So, da klicke ich drauf. Jetzt sehen wir erstmal noch keine Veränderungen im Bild. So, und jetzt gehe ich hier in die Einstellungen rein und ich gehe jetzt hier zum einen erstmal, das habe ich jetzt fast vergessen, ich mache jetzt erstmal einen Weißabgleich, indem ich jetzt hier im Bereich Grundeinstellungen jetzt hier auf meine Pipette klicke und einmal entweder in diesen Grauwert hier reinklicke oder diesen. Das ist vollkommen egal, da tut sich nichts, weil das ist beides neutrales Grau. Das eine ist nur hier ein bisschen dunkler als das. Ich werde hier das nehmen, was so ein bisschen im Licht drin steht. Da klicke ich einmal drauf und zack. Habt ihr das gesehen? Hat sich sofort verändert. Und das war es auch schon. Einfach mit der Pipette einmal hier reinklicken. Wenn ich mir die Pipette jetzt nochmal nehme und ich klicke in diesen Grauwert, werdet ihr sehen, da tut sich nichts, weil das ist vollkommen egal, welchen Grauwert ich jetzt hier nehme. Man muss natürlich beim Fotografieren dann darauf achten, dass das hier nicht total überstrahlt ist. Dann ist dieser Grauwert total überstrahlt. Das darf man natürlich nicht machen. Das muss schon für eine Belichtung, deswegen Belichtungsmesser, kann man aber auch nach dem Auge machen. Ich bin ja sehr penibel halt. Kann man das Ganze dann schon mal so einstellen, dass ihr hier nichts überstrahlt habt. Oder natürlich darf der Grauwert auch nicht zu dunkel sein. Also so, dass es optisch schon mal gut aussieht. So, und jetzt gehen wir mal näher ran. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr den perfekten Schwarzwert hier einstellt. Nämlich, ihr könnt da schon so ein bisschen was Blaukrisselndes sehen. Das ist der Hinweis dafür, dass da jetzt schon ganz tiefes Schwarz drin ist. Also praktisch kann man da jetzt normalerweise auch nichts mehr retten. und jetzt gehe ich hier unten, hier unten in unseren Grundeinstellungen, auf den Schwarzwertschieberegler. Und den ziehe ich jetzt so weit nach links, bis ich jetzt hier, ja, seht ihr das? Bis ich jetzt hier diesen Kreis hier unten, also das Loch, halbwegs blau ausgefüllt habe. Das heißt, da sind jetzt wirklich keine Informationen mehr. Das seufzt jetzt sozusagen komplett in schwarz ab. So, und wenn ich das gemacht habe, dann schauen wir mal, dann gehen wir jetzt bei hier oben zur Kugel. Und jetzt gehen wir in den Bereich Weißwert. Und da stelle ich jetzt den Weißwertregler nach rechts an. Natürlich müssen wir erstmal hier oben das wieder ausstellen. Und wir gehen jetzt hier oben in den Bereich Lichter. Und da klicke ich jetzt einmal drauf. Und jetzt werden mir hier nämlich die ausgebrannten Stellen in meiner Kugel angezeigt. Und die werden mir also auch auf jeden Fall immer als erstes angezeigt in der Kugel, wenn wir ausgebrannte Stellen haben, weil das ist eben Chrom. Und da spiegelt sich alles an Licht wieder. Und dann wird hier auf jeden Fall immer irgendwas ausgebrannt sein. Also keine Information mehr, aufgrund dessen, dass es zu hell ist. Aber hier möchte ich es genau so haben. Deswegen habe ich hier oben auch diese Chromkugel drauf. Jetzt gehe ich hier auf meinen Weißregler hier und ziehe den jetzt mal nach rechts. Und zwar so lange, ja, bis ich jetzt hier wirklich so diesen Punkt hier schön rot ausgefüllt habe. Und jetzt haben wir hier die perfekte Einstellung vom Kontrast. Und ich habe, wie gesagt, den Weißabgleich gemacht und habe jetzt hier auch den perfekten Weißabgleich eingestellt. Und schon haben wir hier die perfekten Einstellungen. Ja, wir sehen jetzt wirklich dieses Bild genau so, wie es auch wirklich beim Fotoshooting vor Ort war. Ja, so wie ich es wirklich mit meinem eigenen Auge gesehen habe. Ja, das ist praktisch wieder diese DIN-Norm, ja, wie nachher auch die Druckereien das nachher perfekt drucken. So, und wenn wir jetzt hier noch nichts hätten, dann würde ich jetzt oben in meinem Feld, was beim Tethered Shooting aufploppt, wie gesagt, das könnt ihr euch im Film angucken zum Thema Tethered Shooting, könnte ich jetzt oben einmal auswählen, alle Fotos wie vorher. Dann werden alle Fotos, die jetzt reinkommen, so eingestellt wie dieses hier. Und schon brauchen wir dieses ganze Einstellen nicht mehr machen, das wäre dann hier schon voreingestellt. So, und wenn ich das aber jetzt so mache, dass ich mir die Bilder aus der Kamera hole, dann habe ich natürlich mein Spider Cube Bild auch mit dabei. Dann markiere ich jetzt einfach erstmal dieses erste Bild mit gedrückter Shift-Taste. Ich gehe jetzt nur bis hier hin, weil das ist, wie gesagt, schon ein freigestelltes Bild. Könnte ich jetzt alle Bilder markieren hier. Ich mache das jetzt aber einfach halber nur bis hier. Gedrückte Shift-Taste, habe ich jetzt alle markiert. und dann kann ich hier im Grunde genommen einfach hier auf Synchronisieren gehen, hier oben, hier hinten rechts. Synchronisieren. Bestätige das hier mit, nochmal mit Synchronisieren und ihr achtet darauf, was hier unten passiert. Die werden jetzt direkt mitentwickelt. Und zack. Und ja, hat man gar nicht wirklich gesehen. Und dann haben wir jetzt auch diese Bilder hier in einem perfekten Weißabgleich hier und wir haben den Kontrast perfekt ausgearbeitet. Das heißt, wir haben irgendwo auf jeden Fall einen Schwarzwert im Bild, nämlich wahrscheinlich hier unter der Wurst. Und ja, dann ist das, wie gesagt, alles perfekt eingestellt. Das war der ganze Trick an der ganzen Sache und wir sehen jetzt wirklich ein perfekt eingestelltes Bild mit einem perfekten Weißabgleich und einem perfekten Kontrast. Ja, das war's dazu eigentlich schon. Und ich zeige das jetzt nochmal ins Bild. Ich schaue jetzt mal, ob ich mich jetzt überhaupt sehen kann, was ich hier zeige. Ja, ich zeige das jetzt nochmal hier ins Bild. Hier unten in meinem kleinen Thumbnail. Und hier ist dieser Spyder Pro nochmal. Den werde ich unterm Strich nachher in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und den Spyder Cube, den werde ich dann auch in der Videobeschreibung verlinken. Dazu gehört übrigens noch so ein kleines Säckchen, wo da drin ist. Und genau. Ja, das war's, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, wenn ich euch helfen konnte. Und natürlich freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann im nächsten Film wieder. Bis dann. Erfahre auf diesem Kanal noch mehr über die Grundlagen und Geheimnisse der Fotografie und die anschließende Bildbearbeitung in Adobe Photoshop und vieles mehr. Abonniere diesen Kanal, um keinen Film mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch.